Benjamin, wie geht es dir? Oh, du siehst nicht gut aus. Was ist passiert? Guten Morgen, Sam. Mir geht es gut. Aber ich bin nur ein wenig besorgt. Ich habe einige finanzielle Probleme. Es tut mir leid, das zu hören. Aber warum ist das so? Sagen Sie mir nicht, dass Sie einen Kredit aufgenommen haben und ihn jetzt nicht zurückzahlen können. Nein, das habe ich nicht getan. Sie wissen, dass mein Sohn bald seinen Schulabschluss macht. Dies ist sein letztes Schuljahr. Ja, ich weiß, dasselbe. Ich nehme an, er geht aufs College, oder? Hat er sich bereits für das Richtige entschieden? Das ist das Problem. Er geht nächstes Jahr auf die Universität und ich habe kein Geld dafür. Gott, aber ich nahm an, dass du Geld gespart hast. Du hast wirklich hart gearbeitet. Ich habe es versucht, aber ich kann es nicht. Ich bin schrecklich darin, Geld zu sparen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe es versucht, aber... Keine Panik. Du hast dieses Jahr. Sie haben etwa elf Monate Zeit, um Geld zu sparen. Vielleicht habe ich etwas Zeit, um etwas Geld zu sparen. Aber das Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich das machen soll. Ich habe herausgefunden, dass ich schlecht darin bin, Geld zu sparen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. In Ordnung. Du musst dich entspannen. Es gibt eine Lösung. Ich werde dir beibringen, wie man Geld spart. Du? Wissen Sie also, wie man Geld spart? Das wusste ich nicht. Bid hilf mir. Klar. Denn ich bin der Buchhalter dieser Firma. Ich gebe Ihnen einige Tipps zum Geld sparen. Wie dumm ich war. Natürlich wissen Sie viel über Finanzen. Ich höre. Nun, ich weiß, was du fühlst. Egal wie sehr sie es auch versuchen, sie haben das Gefühl, dass es immer noch unmöglich ist, Möglichkeiten zu finden, Geld zu sparen. Man meint es gut und versucht, weniger auszugeben. Aber es kommt immer etwas dazwischen. Das Auto braucht neue Reifen. Der Teenager braucht Zahnspangen. Das Haus braucht ein neues Dach. Und einfach so tritt das Sparen in den Hintergrund. Ich bin mir absolut sicher, dass es Ihnen bekannt vorkommt. Ja. Das passiert mir normalerweise. Ich habe immer ein neues Problem und kann kein Geld sparen. Die Wahrheit ist, dass Sie nicht alles perfekt aufeinander abstimmen müssen, bevor Sie anfangen, Geld zu sparen. Wenn Sie auf den richtigen Zeitpunkt warten, wird es nie auftauchen. Der beste Zeitpunkt, mit dem Sparen zu beginnen, ist jetzt. Um Geld zu sparen, müssen Sie sich zunächst von den Schulden verabschieden. Ja, du hast gut gehört. Wenn es ums Sparen geht, sind die monatlichen Schuldentilgungen der größte Geldfresser. Schulden rauben Ihnen Ihr Einkommen. Es ist also an der Zeit, diese Schulden loszuwerden. Der schnellste Weg, Schulden abzubezahlen, ist die. Hier zahlen Sie Ihre Schulden in der Reihenfolge vom Kleinsten zum Größten ab. Klingt irgendwie intensiv, oder? Mach dir keine Sorge. Es geht mehr um Verhaltensänderungen als um Zahlen. Sobald Ihr Einkommen frei ist. Sie können es endlich nutzen, um Ihren Spazielen näher zu kommen. Das ist sehr wichtig. Etwas, das bei mir auch funktioniert hat, war, automatische Abonnements zu kündigen. Und Mitgliedschaften, die ich nicht nutze. Die Chancen stehen gut, dass Sie für mehrere Abonnements bezahlen. Z. Netflix, Hulu, Spotify, Fitnessstudio-Mitgliedschaften, trendige Abo-Boxen oder Amazon Prime. Es ist an der Zeit, alle Abonnements zu kündigen, die Sie nicht regelmäßig nutzen. Und stellen Sie sicher, dass Sie die automatische Verlängerung deaktivieren. Wenn Sie einen Kauf tätigen, wenn Sie es kündigen und entscheiden, dass Sie nicht darauf verzichten können. Aber nur, wenn es in Ihr neues und verbessertes Budget passt. Es hilft sehr. Glauben Sie mir. Sie können auch Generika kaufen. Zweifellos ist eine der einfachsten Möglichkeiten, Geld zu sparen. Markennamen den Vorzug zu geben. In den meisten Fällen ist das Marketing das Einzige, was an Markenprodukten besser ist. Ich meine, schauen Sie sich diese Kiste an. Das Logo ist so schick. Und hier endet es auch. Generische Marken von Medikamenten, Grundnahrungsmitteln, wie Reis und Bohnen, Reinigungsmitteln und Papierprodukten. Sie kosten weitaus weniger als Ihre teuren Markenprodukte und funktionieren auch genauso gut. Probieren Sie es einfach aus. Bald werden Sie sich daran gewöhnen. Ernst Haft Bezahlen Sie zuerst sich selbst. Ich bin sicher, dass Sie das schon einmal gehört haben. Aber es Richten Sie an jedem Zahltag eine automatische Abbuchung von Ihrem Girokonto auf Ihr Sparkonto ein. Ob 50 Dollar alle zwei Wochen oder 500 Dollar, betrügen Sie sich nicht um einen gesunden langfristigen Sparplan. Ich weiß, dass es leicht zu sagen klingt, aber schwierig zu machen ist. Aber es ist wichtig, diese Gewohnheit aufzubauen. Sie können auch Ihr Mittagessen einpacken oder zu Hause essen. Die Leute verschwenden viel Geld, wenn sie auswärts essen. Ein paar Mal pro Woche ein Mittagessen einzukaufen, mag im Moment harmlos erscheinen. Besonders wenn Ihr Lieblingsrestaurant liegt nur wenige Gehminuten von Ihrem Büro entfernt. Aber Sie können schon durch das Einpacken eines Mittagessens eine ganze Menge Geld sparen. Darüber hinaus können Sie häufig Lebensmittel für eine ganze Woche zum gleichen Preis wie zwei Abendessen auswärts kaufen. Bereiten Sie Ihr Essen stattdessen zu Hause zu und beobachten Sie, wie sich Ihre Ersparnisse Monat für Monat Nutzen Sie Cashback-Apps und Coupons. Nichts geht über einen guten, altmodischen 20% Rabattgutschein. Wenn Sie etwas kaufen. Aber wussten Sie, dass es viele Cashback-Apps gibt? Sie müssen nur danach suchen. Manchmal findet man sie auch in Zeitungen. Verkaufen Sie alles, was Ihnen keine Freude bereitet. Ich habe es gemacht, als ich angefangen habe. Räumen Sie die Dinge in Ihrem Zuhause auf, die Sie nicht brauchen und die Sie im Interesse Ihrer finanziellen Zukunft bereit sind, loszulassen. Der Vintagestuhl, den Deine Tante Dir geschenkt hat? Verkauf es! Diese Kristallvase, die Sie in einem. Sie werden überrascht sein, wie viel Unordnung Sie in Ihrem Zuhause haben, den Sie nicht einmal nutzen oder an den Sie nicht denken. Und das Geld, das Sie mit diesen Dingen verdienen können, kann den Unterschied zwischen Gehaltscheck und Diese Tipps können Ihnen helfen, Geld zu sparen. Das stimmt. Aber meiner Meinung nach ist das Wichtigste, was Sie tun sollten. Um Geld zu sparen, müssen neue zusätzliche Einnahmen geschaffen werden. So lässt sich am besten Geld sparen. Denn manchmal können wir kein Geld sparen, weil wir es einfach nicht haben, mein Freund. Deshalb müssen Sie neue zusätzliche Einnahmen generieren. So lässt sich am besten Geld sparen. Das hört sich interessant an. Wie kann ich das machen? Ich möchte mehr Geld verdienen. Sag mir! Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun. Aber ich werde Ihnen in einem anderen Video davon erzählen. Ich bin sicher, dass jeder mehr Geld haben möchte. Sie werden uns über die Kommentare informieren. Ich cảne. Also wünsche. nivel da mache ich. Ich bin sicher, es hilft, was zu tun. blogger 111typ��로. 192.